Heute ist es genau zehn Jahre her, dass ich die Administration der Facebook-Gruppe Oberosler Form übernommen habe. Damals mit etwas unter 300 Mitgliedern. Inzwischen sind wir über 12.000 Mitglieder. Wir haben eine Präsenz auf Instagram. Wir haben seit Neuestem unsere WhatsApp-Community. Und ich bin so was von stolz, auf was diese Gruppe alles in der Zeit geleistet hat. Wir haben ein tolles Admin-Team. Wir arbeiten super zusammen. Und wir sind sogar jetzt im Facebook-Accelerator-Programm. Und da wird es besonders spannend, was wir da mit den Initiativen aus dem Programm in den nächsten Monaten alles vorhaben. Also bleibt dabei, wenn ihr noch nicht dabei seid, komm in die Community, komm in die WhatsApp-Gruppe, folge uns auf Instagram oder auf TikTok, komm in die WhatsApp-Community. Aber sei gespannt, mit was wir alles in den nächsten Monaten vorhaben. Das ist alles in den nächsten Monaten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.